hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin der heideltraut und komme mir gerade nicht klar alter heute mit dem netten mann in seinem excelsior tierstufe 5 ist ein premium britischer ein britischer premium heavy ich habe hier mal kurz bei tanks.gg das ding mal aufgerufen hat standard tpm von 1800 kann ich sagen ich schieße nicht unter uns leere ein bisschen ausgebaut wer das will mit kaffee ansatz und lüftung kommt auf 2149 tpm dazu kommt noch ein bisschen crew skill das könnt ihr aber machen wie ihr wollt wir haben ap gut das können wir uns ingame angucken ja alle 30 hunden schießt er 19 schuss in der minute das ist in ordnung so das sind wir wieder ich sagte ja es ist nichts passiert da geht der erste tschutsch auf wir wollten uns mal die munitionsverteilung angucken 2038 6 ist ok wir haben 110 damage auf 91 durchschlag oder 110 auf 144 weiß ich nicht ob man auf stufe 5 dann schon das da braucht also zu viel weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen fahrt selten ähm erstes fakt geägt wird nackt so da ist der durchfallwagen offen ok im stufe 5 ist das ganze hier wahrscheinlich irgendwie anders da ist ein luchs der auf sie schießt normalerweise geht hier um die party ab da ist nischt hier im stufe 5 geht hier die party ab und hier steht hier die seht ihr wie die hühner auf der steige so pc 3j batsching äh du fährst hier gerade in das komplette flankenfeuer enemy ist hit target unlocked dann nimmt jemand auto eben fahr da nicht davor bist du des todes brauchst du nicht deswegen nimmt man premium munition mit man muss nicht zielen nur ein toter panzer ist ein guter panzer so da steht schon 5 1 das ding ist eigentlich schon so gut wie durch das ist aber auch eine schrankwand jeder andere hat den schuss jetzt hier im dreck gesetzt hey du nicht wahnsinn wenn ich rüber dann ja da rechts tut rechts das ist links rechts jetzt sind sie weg nepp neid spaß na gut und man weiß von wem es kommt da liegt jemand auf der seite das wird auch mal ein ram schaden nimmst du jetzt echt premium munition nein ernst steward wahnsinn ey wahnsinn was hier schon wieder los ist alter 670 linksbums hp kacke drecks mist scheiße ist zu die schießen nur blinden da ist ein luchs eben doch immer du ja er eben selber wahnsinn ich bin begeistert und weiter geht's mit autohem was ich jetzt verstehe ist ja egal verstehe ich nicht aber abhängen du wirst das wissen eskaliert mein handy muss doch einfach genau jetzt fahr da ran eine kette ist rauf die können dir nichts oder schick den hat so vor das kommt doch selber raus warum aim doch aim doch einfach selber hey guck mal das geht hoch cool gell die hat die irgendwie noch nicht auf den kopf geschissen dann kannst du auch nicht weil sie raus ist oh ha ha has ok ok mir fehlen dezent die worte Oh, 2 Aim Master, hey, Wahnsinn 1700 Damage, 5 Kills 23, 17 Ich bin drauf, sorry